Hi und auch heute lege ich für dich die Karten. Ich habe die Karten von Jack Spezzano mit und zwar die Karten der Erkenntnis und wir schauen jetzt einfach, was erkennt dein Seelenpartner in diese Liebe? Was ist so sein Erkenntnis bei diesem Prozess? Wir wollen jetzt einfach schauen, was ist so sein Erkenntnis? Also es geht wirklich darum, dass er erkennt, dass er auch wirklich Kind Gott ist, dass er auch nichts falsch gemacht hat oder dass es alles so seinen Sinn hatte. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Ja, dass er halt einfach so sein Erkenntnis auch daraus zieht, dass es also es gibt nicht richtig, es gibt nicht falsch. Also das ist genau so, wie es sein soll. Jetzt schauen wir mal jetzt einfach an, was war denn so in der Vergangenheit? Jetzt schauen wir, wie sieht das Ganze? Was sind so seine Erkenntnisse, seine Schlüsse aus dieser Situation? Was? Ja, wir schauen jetzt mal. Zwei, vier, fünf, sechs, sieben. Natürlich sieben Stück. Also sieben, ich greife diese magische sieben hier auf, ja. Ja, diese magische sieben oder halt die Wolke sieben. Also du kannst natürlich auch meine Produkte mit Wolke sieben kaufen. Da auch meine Wolke sieben Tassenserie ist ja, sind ja auch noch welche Tassen da, so wenn du gerne dir was bestellen möchtest. Und ja, die Wolke sieben, die Wolke sieben, Kartendeck mit Engelbotschaften für dich. Ja, die könnte ich auch mal benutzen. Die hole ich jetzt auch mal gleich, ja. So, wir schauen jetzt mal so von deinem Seelenpartner. Die Karten sind ja lediglich schon gemischt. Und deswegen, also wenn ich jetzt hier mit euch so ein bisschen rede, ist das auch okay, ja. So, wow, schau mal hier die Karten der Erkenntnis. Ja, was hat er denn erkannt jetzt in der Vergangenheit? Also da bin ich jetzt auch selbst sehr, sehr gespannt. Und ja, schau mal hier. Und exakt kommen hier wirklich 28 Karten hin. Wow, großartig, großartig, großartig. So, also er hat erkannt, dass er Kind Gottes ist, dass er sich keine Vorwürfe machen soll. Also das ist alles wirklich bei bester Ordnung ist. Das hat er schon erkannt. Also wie du siehst, das hat er bereits erkannt. So, ich versuche das so zu machen, dass du das auch komplett alles auch hier auch sehen kannst, ja. Im Grunde in der Vergangenheit war diese Verbindung ja da zwischen euch. Das hat er auch erkannt, dass das so eine ganz besondere Verbindung ist, dass es auch alles so im Fließen war. Ja, und also er hat auch durch eure Verbindung oder durch eure Seelenpartnerschaft auch seine eigene Begabungen auch erkannt. Und vielleicht hat er auch etwas in seinem Leben verändert. Und ich habe das Gefühl, dass er also so richtig erfolgreich geworden ist oder wollte halt auch erfolgreich sein oder werden. Aber also im Grunde war das eine große, große Hürde für ihn, also in der Freiheit zu kommen. Denn ich hatte das Gefühl, dass er auch so überfordert mit diesem Gefühl war. Der hatte auch wirklich hier so diese Aussichtslosigkeit an der Situation gesehen. Also die Todessehnsucht, deutlich jetzt als Aussichtslosigkeit. Und das war auch ein Machtkampf zwischen euch. Also wenn du dich von ihm gelöst hast, dann hat er sich auch angetriggert gefühlt. Dann zogst du ihm ja halt mit oder umgekehrt, so nehme ich das Ganze hier mit euch beiden. Also sehr stark war das, das waren so wirklich in der Vergangenheit, das war das gewesen. Ja, momentan. Wir haben heute eine Portaltage und Portaltage dienen auch für den seelischen Wachstum und Weiterentwicklung. Und natürlich kannst du auch deinen Seelenpartner diesbezüglich auch begleiten, energetisch begleiten. Schau einfach in meinem Shop vorbei. Unter dem Video findest du das energetische Angebot für heute Abend. Melde dich dazu an. Also ich benötige eure beiden Namen und unterstütze ich euch mit Reiki Großgrade und Lichtgrade mit dem Energiekreis. Also auf der Herzebene oder jetzt in momentaner Zeit, was nehme ich jetzt wahr. Also ich nehme hier schon eine Entwicklung wahr, so die Heiligkeit. Das heißt, vielleicht ist er wirklich auch im Erwachungsprozess jetzt gerade angekommen, dass da auch irgendwie was also bei ihm sich verändert. Ja, weil er hat wirklich die Wahl. Er soll wählen, in welche Richtung möchte er auch gehen. Ja, also er hat die Wahl und also ich habe wirklich das Gefühl, dass dein Seelenpartner also mehr in der Liebe ist, mehr auch diese sexuelle Energien oder diese sinnliche Energien auch spürt momentan oder dass er das halt auch am liebsten auch leben würde. Also mit dir, aber ich nehme jetzt trotzdem noch wahr, dass er sein eigenes Selbst noch verbirgt. Also er versteckt sich und er fühlt sich noch in dieser Situation oder in diesem Prozess noch nach wie vor wie ein Opfer. Und da muss er wirklich in dieses Gefühl gehen, dass er komplett frei ist und dass er einfach Frieden schließt mit diesen dunklen Geschichten, vielleicht auch was in seinem Leben mal war, vielleicht auch mal Trennungen da waren oder irgendwie in seiner Kindheit oder Schwierigkeiten oder Themen, also was ihn prägen konnte, dass er einfach auch Frieden schließt. Das wäre wirklich hier dieses Bewusstwerdungsprozess, denn er hat ja wirklich die Wahl. Was wählte denn, verbirgte sich weiterhin selbst, ist er weiterhin das Opfer und lässt immer diese dunklen Geschichten aus dem Unterbewusstsein oder sagt, okay, ich lebe die Liebe, ich habe die Wahl, ich mache Frieden mit der Vergangenheit. Da ist er jetzt in diesem Prozess, gerade an dem heutigen Portal da. Ja, so und wie geht es weiter? Wie geht es weiter? Also das ist jetzt die Zukunft, die Tendenz jetzt. Ja, also ich sehe hier, das andere Leben kommt aus dem Unterbewusstsein hoch. Also bei ihm jetzt, wir schauen jetzt in der Seelenpartnerschaft und es geht darum, dass es hier, also um das andere Leben geht, also es geht um Vergebung, dass er sich selber vergibt, ja, selber loslässt und mehr ins Ohrvertrauen kommt. Also ich habe das Gefühl, er gibt sich auch teilweise auch in der Zukunft noch die Schuld für irgendetwas und das muss hier wirklich heilen, also Heilung ins Vertrauen zu kommen, denn auch in der Zukunft, er fühlt sich nach wie vor wertlos. Also diese Wertlosigkeit könnte auch eine Rolle spielen, wie gesagt aus seiner Kindheit und also er wird immer wieder in den Schattenthemen, also von der Unterbewusste hineingeführt, also dass er das anschaut, ja, diese Schattenthemen. Und darüber muss er wirklich kommunizieren, damit er das auch heilen kann, natürlich das auch aussprechen und wenn du jetzt auch zu viel Erwartung an ihm setzt oder zu, ja, fordern, davor gehst oder nicht verständnisvoll, dann bekommt er auch wieder Angst, ja, weil das erinnert sich ihm wieder an seine Wertlosigkeit, aus seinem Unterbewusstsein. Und wie gesagt, also wenn du da auch Unterstützung auch in deiner Kommunikation benötigst oder wirklich eine Coaching oder eine Begleitung, denn ich begleite dich auch in diesem Prozess ja auch wirklich acht Wochen lang, dann melde dich dazu an. So, seine größten Wünsche, jetzt schauen wir mal wirklich seine größten Wünsche und dann ziehe ich hier wirklich auch so ein bisschen die Karten, also die Kamera runter, dass du das auch sehen kannst. Sein größter Wunsch wäre, die Wahrheit zu sprechen, in ein höheres Bewusstsein zu kommen und deinen Erwartungen auch wirklich zu entsprechen. Da ist er noch zu sehr in der Opferhaltung, denn er hat hier noch zu sehr diese Kontrolle, also er möchte, er möchte dir gefallen. Er möchte gut sein, er möchte gesehen werden und das deutet immer noch nach wie vor an diese Wertlosigkeit hin. Und also wichtig ist, also sein innigster Wunsch wäre, eine Vision zu haben, die Führung zu übernehmen und in der Unabhängigkeit zu gehen, also in deine Richtung. Also es geht wirklich darum, das ist so sein Erkenntnis, sein Erkenntnis, dass er Kind Gottes ist, dass es alles gut ist, wie es ist, also er arbeitet an sich selbst, unterstützt ihm dabei. Ich freue mich auf dich, ich sage danke, bis bald.